nee das ist der falsche altar des lichts ich packe mal sein aufschrieb zu ihm dazu ancient alter of the light das ist ach nein hier geht's zum altar des lichts aber das hier ist nicht der altar des lichts okay das hier ist nur ein nexus wenn ich richtig sehe und ich schätze mal ich muss jetzt alle vier wege abklappern ok innovation hat nachgelassen was steht hier take all the time you need ok das bringt mich wieder an den eingang welcher teleporter war das jetzt dass ich mir das auch merken kann ja das war der hier ich hab's mir jetzt wieder nicht gemerkt der hier was oder das ist a ja führt nach a ich gucke jetzt erst mal wo alle teleporter hinführen b führt nach b ohne rückweg er doch mit rückweg ok jetzt nehmen wir das hier ist c führt nach c hier ist auch gerade kein rückweg zu sehen do not proceed otherwise they will crush you habe ich so das wiese gefühl das hier ogre auf mich fahrten auf mich fahrten oh noch schlimmer so 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 das könnte jetzt blöd laufen Jetzt habe ich jedenfalls Platz hier, um zu tanzen. So viel zum Platz zum Tanzen. Ich brauche dringend einen Regeneration Spell. Danke. Woods of Speed. Ah, hi. Ja, von in den Hintern zwicken lassen sollte ich mich nicht. Boah. Äh, das ist jetzt weniger schön. Ja. Quicksave laden. Wo auch immer ich da gerade war. Okay, da war ich. Hier. Ah. Das war der hier. Das war. Das hier ist B gewesen. B nach B. Äh. Nein. Hier kann ich mich kurz rumgucken. Das ist nämlich ein Gaia. Scroll of Magic Armor. Das ist ein Sapling Spell, den wir schon zigmal haben. Und das ist eine ziemlich coole Lederrüstung. Ranger Equipment. Warum nicht? Scroll of Gaia's Gateway, den kennen wir auch bereits. Das ist ein Flowering Spell. Gaia Gateway. Fragezeichen, 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 Fragezeichen. So. Dass wir wissen, dass wir den noch nicht hatten. So. Das ist Todesfalle. Erstmal. Kurzer Quicksave. Denn das da ist jetzt die. Das ist der Weg nach Hause. Das ist der Weg nach Hause. Und das ist der Weg wieder hier rein. Also D führt nach D. Gut, das heißt entweder wir legen uns mit dem Schleim an. Oder mit den Krabben in der Todesfalle. Oder wir versuchen es erstmal mit A. Ich würde sagen, wir versuchen es mit A erstmal. Hier steht zwar neben dir Zeit, aber ich habe das Gefühl, dass das hier ein Rätselraum ist, oder? Okay, die beiden Tasten machen erstmal nichts. Okay. 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 Nein. Take all the time you need. Also ja, ich sehe auf der anderen Seite den Teleporter. Ich sehe aber nur die beiden Knöpfe, die nichts machen. Nein, hier ist nichts. Ich sehe aber das wäre auf der einen Seite wäre es nicht schlecht. Auf der anderen Seite war das jetzt gerade eine böse Überraschung. Dass der da einfach so rausgekrochen ist. kurz orientieren, wo ich bin. Da muss ich lang. Das heißt, ich dürfte in Ruhe nach B gehen können, ohne dass der mich nochmal nervt. Wir wollen es jetzt zurück. Was wollen sie denn zurück? Toll, da kann ich auch nirgends lang. Ohne zu wissen, was sie zurück wollen. Warum hält das Licht in letzter Zeit so kurz nur? Nein, das ist es alles nicht. Die Rüstung ist es auch nicht. Das nicht mutierte Erz und der Speer ist es auch nicht. Ja, ich habe nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe durch den Gaia Teleport oder ich lege mich nochmal mit den Krabben an. Weil hier hat sich auch nichts geändert. Ich kann höchstens hier mal einen Stein ablegen. Hier ein bisschen an den Druckplatten rumdrücken, aber das macht alles nichts. Die bringt mich wieder nach Hause. Das ist okay. Das war die Todesfalle. Der Altar bringt mir nichts. Und die hier wollen irgendwas zurück, dass ich da reinkomme. Vielleicht irgendwas aus dem Gaia Garden, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Okay. Ich bin in einem neuen geiergarden. Und ich weiß nicht, was mich hier diesmal wartet. Ich sehe eine Spinne. Eine Spinne mit Grünstich. Okay, die war jetzt halb so wild. Da könnte ich mich durchhacken. Mache ich das auch mal. Tja, die Tür kriege ich trotzdem nicht auf. Zu der ich hier komme. Die Säule kann ich nicht einschlagen. die Tür mit der Tür. Vielen Dank.